Geht ihr das Schweinchen? Ich werde es nie finden. Na, gucke, so ist schon wieder. Das war drüben und knapp. Oh, ich liebe das, wenn Alice macht, was sie nicht soll. Was für ein Geräusch. Will das den Zug darstellen, oder was? Was ist das? Das Geräusch finde ich weitaus gruseliger als alles andere. Ja. Okay. Naja, vielleicht kriege ich noch die 700 für... Dann muss ich wieder weit springen. Ähm... Mein Steckenpferd zusammen. Gefährliche Kisten, die ich hier mache. Da muss ich auch draufstehen. Es gibt einem so... Oh Gott, was ist das denn? Eine Puppe voller Wachs. Das Wunderland zu retten bedeutet, dich selbst zu retten. Haben wir schon verstanden. Vielen Dank. Das gibt so ein bisschen Portal-Vibes, wollte ich sagen. Wie sollen wir denn da um die Ecke kommen? Bestimmt... Mit... Dem hier. Schön. Schön. Aber wenigstens ist jetzt alles da, was man braucht. Ein Kopf, ein Kopf, mit Hirn wahrscheinlich, ein Herz und zwei Flügel. Mehr braucht man nicht. Das war ein Scherz, man braucht natürlich mehr, aber... Ja. Und nun? Ah. Das habe ich gehört. Ähm, scheiße. Nein. Und wieder unten. Alles von vorne. Was da nichts? Oh, knapp. Darf ich da nur nicht runterfallen wahrscheinlich? Oh, da musst du mir das vor allem sehr hoch sprengen. Was krieg ich? Abgeschnittene Füße. Wie meine Füße hätte ich. Geht das? Macht es das kaputt? Jo. Schön. Ah, das ist doch wieder eine Kappfläche hier. Sag ich doch. Aber nur mit Würmchen? Echt? Da kommt noch mehr, richtig? Das kann doch nicht sein. Na. Hier kommt man. So kommst du deinen Freunden ins Jenseits. Dann kommt hier doch bestimmt was Größeres auf uns zu. Muss ich jetzt raten, wo ich hin muss. Sehr toll. Aber gut gemeistert. Erstaunlich gut gemeistert. Hm. Was bist du denn für eine? Du siehst anders aus. Geht mir nicht auf den Sack. Ich hab Besseres zu tun. Ja. Aaaaaah. Ein Moment Ruhe. Au, au! Gut, dann gehe ich anders vor. Au! Okay, sie kann neu zählen, selbst wenn ich mich bewege, anscheinend. Okay! Ja, kann ich nie... Gut, die Große haben wir. Na, kommt. Das ist nicht schlimm. Warum war das so einfach? Da kann aber irgendwann etwas nicht stimmen. Das war zu leicht. Obwohl es so viele waren. Sind wir beim Großen Nichts? Da sind Treppen. Die ich nicht benutzen kann. Okay. Aber vielleicht gleich. Aufzug? Ein Aufzug. Oh, scheiße. Kann ich den kaputt machen? Nein. Alice als Briefmarke. Rette uns. Ich versuche es. Was war das für ein gruseliges Puppenland? Versuchte, was dich zu zerstören droht. Bin ich bei. Nein. Das war so schön. Muss da durch die Wange. Richtig. Erlässt. Lange Springer. Irgendwann lerne ich es. Kurze. Gibt es keinen Selbstmordknopf wie beim Segman? Im Segman gibt es zumindest in der Konsolenversion einen Selbstmordknopf. Da ist ein Schmetterling. Okay. Was passiert, wenn wir da drauf drücken? Es geht einen höher. Okay. Ich gucke aber erst, wo es da lang geht. Ich sehe schon. Müssen wir wieder versuchen zu überleben? Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Oh, kacke. Au. Ja, okay. Er hat eine Menge von der... Er verschlügt mich auch so. Ja. 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 Wir sind einfach mal alle umgekippt. Tot. Ich habe viele Rosen verloren. Aber wir können sie ja gebrauchen. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir können sie ja gebrauchen. Wie viele Rosen haben wir denn jetzt in diesem Kapitel rot gemalt? Zwei von vier. Dann fehlen also noch welche. Da. Nein. 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 Und wie kommen wir dann... Ach ja. Das hatte sich erledigt. Scheiße. Zu kurz gesprochen. Das wäre es gewesen eigentlich. Okay, 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 okay. Und das ist wieder ein... Ja. Genau. Oh. Nö. Nö. Dagegen wir nichts tun können mit Wix. Au. Ah, fuck. Die Wand an. Ich würde gerne die Waffe wechseln. Tu mir nichts. Ach, scheiße. Ach, der erwischt mich so oder so. Bum, zeig deine Köpfe. Vor allem Karton. Noch einer? Zeig deine Köpfe. Nein. Oh. Ja. Ich habe nur noch anderthalb, du Bitch! Wie lange denn noch? Nein! 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 Oh, das war's mit mir. Das wäre so schön gewesen. Ich habe irgendwie nur noch einen Kopf oder so. Aber ich bin lange nicht mal gestorben. Also, im Kampf. Natürlich wird mir das keiner glauben, dass ich jetzt nach einer langen, langen Pause, zwei Wochen, drei Wochen ungefähr, beim ersten Versuch das Vieh besiegt habe. Eine Pause tut manchmal doch einfach gut. Kaum zu glauben, aber warm. Ups! Es wäre so gut gewesen. Und was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Habe ich dann da rüber? Dann dreht der sich. Und der geht hoch? Hätte ich vorher springen sollen? Nein! Soll ich die Waffe wechseln, Alice? So. Brauchst du denn wieder runter? Nein, natürlich nicht. Okay, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Richtig. Darüber komme ich nicht. Nö. Natürlich nicht. Wie soll es denn auch anders sein? Bin ich jetzt wieder? Nein. Wäre der Block dort gewesen, hätte ich es geschafft. Schön, nicht? Gut. Gut. Alles nochmal nach vorne. Weil wir es können. Wir müssen schneller sein. Gut zu wissen. Na komm, wo bist du? So. Und nun? Warum drücke ich eigentlich immer die falsche Taste? Ich wollte die drücken. Gut. Jetzt haben wir es. Wir mussten halt einfach schneller sein. Das war, glaube ich, der letzte große Boss vorm Endboss. Jetzt übrigens, den wir besiegt haben. Befürchte ich zumindest. Das spreche ich jetzt nochmal. Jetzt sind wir bei der Kissenburg oder einer Kissenburg. Hier rein, Schwein. Keine Ahnung. Da! Wo sie es ist. Oh, nice. Vielen Dank. Das ist ja genauso verstörend. Warum ist das alles hier so verstörend? Oh. Vielleicht kriegen wir heute das Spiel fertig. Ja. Was passiert wohl, wenn wir da reingehen? Oder da? Ich weiß nicht ganz, wo ich rein soll. Einfluss das das Spiel? Ach, guck mal. Wir sind wieder hier. Wir haben es nicht geschafft. Einfluss. Einfluss. Sehr schön. Oder ist das? Einfluss. 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 Tut mir leid für dich. Lass mich in Ruhe. Ich bin nochmal weg. Ich habe Lust auf euch. Was stand da? Die Schneckenpfad. Ja, ich könnte dich jetzt ganz leicht erledigen. Will ich das? Biestbabys sind absolut tödlich. Sogar für es selbst. Da stand noch etwas.